Hi Leute, da ich ja gestern so perfekt Chapter 11 gemacht habe und ich gesagt habe, dass ich so easy Chapter 12 machen werde, beziehungsweise gemacht habe, zeige ich euch das jetzt mit einem Kumpel. Hallo Kumpel. Okay, ja wir werden jetzt einfach mal Chapter 12 anfangen und dann geht's los. Das wird easy, ne? Sag mal, es wird richtig easy, es wird richtig, richtig easy. Warten auf andere Spieler. Aha, ja. Das ist, wie machen wir das? Das ist laut! Drück. Nein, ich werde überspringen. Ach ja, wir müssen jetzt den töten. Ach, es wird zu mir. Duuuhh. Er labert ja. Beeindruckend. Stopp ihn weg! Oh, ich wollte gerade einen Final Flash machen, okay? Der ist zu easy. Warum ist das laut? Warte mal kurz. Ja. Welchen Schwert hast du da? Ne, das ist... Warum ist das so laut? Oh Gott! Seht immer schädlich auf. Kann ich? Ja, mach. Mongo, Ju. Nein. Dann sind wir... Letztes war der Bug, das wäre geplatzt. Der war... Der war miese. Los, weg! Geht das? Nee, kann ich nicht. Doch, kann ich nicht. Ich mach Schild, ja. Mach, mach! Schnell! Bäm! Einfach Leerschaffen drücken, Mongo. Na ja! Ach, wie ging noch mal der Zauber? Ich muss den Zauber eben machen. Nein! Du bist weggeflogen. Mach! Ah, du kannst nichts machen. Ja. Ja. Ach, Loll! Perfektes Timing! Ja! Jetzt! Trocknen! 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 Boah, du bist schlecht. Ich hab dich... Rettet! Ha! Nein! Doch! Sie ist mit runtergefallen, hast du gesehen? Ja, ja. Ja. Bitte geh überhaupt nicht kaputt. Ich würde eigentlich was ausprobieren. Mach was, mach was! Nein! Nein! Mach was! Hast du gesehen? Boah, ey, das ist aber auch hier. Komm, komm, komm! Mach jetzt, mach jetzt! Ja! Komm, komm, komm! Hau drauf! Nein! Nein! Ich bin voll verblickt gekommen. Ich habe einen Blitz gemacht. Machst du das? Was? Machst du das mit dem Blitz? Nein! Nein! Ey, wir haben geschafft! Ne, wir haben nicht geschafft! Wir haben es nicht geschafft! Ja, hast du mit normalem Schlag draufgekloppt oder was? Ja, die ganze Zeit! Ja, komm! PORTUS! 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 Oh, na! Oh, na! Ja! Äh! Da mach ich... Ich... Ich mach Verkörperung am besten! Ich hau den einfach kaputt! Ja! Ja! Mach Verkörperung! Boah! Die sollen jetzt kommen! Hau drauf! Boah! Nein! 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 Komm, mach! Direkt mach Schild an! Nein! Da sind sie! Ich steh ihnen drin, alter! Nein! Nein! Red schnell, red schnell! Ich kann nicht! Red schnell! Nein! Das ist so knapp immer! Aber ich glaub, meine Tacke zieht mehr! Dieses FQ, FQ, A, S! Weißt du? Das wird besser! Ja, das ist was ich dir da letztes Mal schon mal gesagt hab! Das ist die FQ, und nicht echt! FQ hab ich gesagt! Oh, tu's! Okay, dann... Machst du jetzt gleich Dings und ich mach Voll Dan! Okay! Ja, ich bin voll im Strahl drin! Okay! Was war? Was war? Ich mach wieder Verkörperung! Ja, ich mach einfach Voll Dan! Ja, ich mach einfach Voll Dan! Den Schild! Komm, hau drauf! Nee, hau nicht drauf! Jaaa! Du bist ein bisschen zerplatzt! Kann nicht sein, ey! Ja, du hast irgendwie verkackt! Du hast das nicht mit dem Regen, äh, mit dem Wasser hingekriegt! Äh, ja doch! Mit dem Wasser hingekriegt! Am Feuer! Du bist die ganze Zeit, du hast die ganze Zeit gebrannt! Dann machen wir mal mit Schild! Farotus! Jetzt haut direkt wieder FQ, FQ, A, A, S! Mach ich ja! Ja, du hast nie verkackt! Du... Nein, hab ich nicht! Mann! Komm auf mich anzuschreiten, okay? Sehr gut! Oh! Beleb' ich wieder! Haha! Ich wär' direkt weggepuselt, ne? Das ist das Zeichen! Ja! Das ist kein Zeichen! Nein, nein, mach was, mach was! Letzt mich! Lad auf, lad auf! Höh! Ey, du weißt schon, dass wir Verkörperung machen müssen auf den, ne? Müssen wir nicht, oder? Doch, auf dem, wenn der da wieder zum Zeichen kommt, dann müssen wir den verkörpern! Diesen dicken! Weil das ist erst der Entgegner! Willst du sehr genießen! Höh! Jawoll! Das können wir knicken! Haha! Ja, wenn du mir das gesagt hättest, hätt ich das gemacht, aber naja! Dann wissen wir ja jetzt Bescheid! Letzter Versuch! Ich glaub, sonst geht das eh zu lang! Portus! Portus! Das ist hart, eh! Okay, wieder FQ, FQ, A, A, S, und dann, kurz bevor er down ist, mach ich Verkörperung! Man soll nicht berend ziehen! Ja! Okay! Das war natürlich richtig fisch! Mach was! Mach was! Mach was! Hei mich! Äh, rett mich! Ich glaub, das lohnt sich das nicht! Ich muss, wir müssen, äh, Schild anmachen, hab ich vergessen! Aber das ist ja eh ein Let-Fail, also wir dürfen eh nicht gewinnen! Stimmt! Ja, aber das letzte Fail heißt ja nur, dass wir das verkacken die ganze Zeit! Ja! Das kann ja auch klappen! Oh! Haha! Jawoll! Und du auch noch! Haha! Okay! Schild an! Mach direkt ein Schild und ich... Mach du! Oh! Oh! Da jetzt! Verkörperung! Hau drauf! Ja! 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 Überspringen! Komm! Komm! Jetzt müssen wir nämlich töten! Ja! Okay! Okay! Der... Der ist easy! Der K-Nic in Gelo! Hahaha! Nein! Nein! Der andere ist schwerer als der hier! Das haben wir jetzt nicht wirklich gemacht, oder? Das haben wir jetzt nicht wirklich gemacht, ey! Ich hab sogar eine Folge bekommen! Wie geil ist das denn? Hab meine Robo und auch den Zauberhut! Hab meine Robo und auch den Zauberhut! Labe doch! Labe! Das war jetzt einfacher als dieser... Natürlich war das einfacher! Ist dann natürlich wieder armselig irgendwie! Na! Wir haben es geschafft! Überspringen wir, wenn du es kannst! Ne, kann ich nicht! Ja, ich glaub wir sind eh schon bei 10 Minuten, oder? Wir werden jetzt zurück teleportiert! Wann steht der gerade? Level geschafft! Ja! Ja! So einfach geht der letzte Boss! Der allerallerletzte Boss! Hätt's auch alleine voll easy geschafft! Also... Das Problem ist es nicht! Und jetzt? Ja! Nochmal! Cool! Jetzt! Kann man jetzt überspringen? Jetzt kommt, äh genau! Was kommt jetzt? Intro, Outro! Sehr gut! Zahl ist verpackt! Ja! Haha! Ich wär fast davon gestorben! Komm immer hier! Toll! Kannste schief mit buggen! Naja! Ich bugge aber auch nur! Ja, gut! Ja, wir haben es geschafft! Wie immer! Im Let's Sail! Hey! 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 Dann! Bis zum nächsten Mal! Bis! Bis zum nächsten Mal!